Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um die große Thematik. Habe ich einen biologischen Konflikt oder handelt es sich bei mir bezogen auf die Symptomatiken, auf die Krankheit, um eine Vergiftung? Das ist eine berechtigte Frage, denn die neue Medizin schließt Vergiftungen aus. Das heißt nicht, dass Vergiftungen nicht zu Krankheiten und Veränderungen im Körper führen können, sondern dass diese eben unabhängig von biologischen Konflikten stattfinden können. Demnach ist es auch wichtig, das zu unterscheiden, weil man natürlich sonst auch nicht in die Lösung kommt bzw. auf die Ursache kommt und diese Ursache dann letztendlich auch behebt, um Symptome loszuwerden. Und diese Frage stellen sich einige, weil es einfach ein sehr großes Thema ist. Das heißt, die biologischen Konflikte sind allgegenwärtig und das Thema Vergiftungen, worunter ich jetzt das große Thema Schwermetalle, Leichtmetalle in Form von Aluminium, Glyphosat und Fluoridseele. Hierbei kann man auch definitiv das Thema Mobilfunkstrahlung noch mit reinnehmen, weil es von der Funktionsweise her, von dem Schaden, den es anrichtet, genau in die gleiche Richtung geht wie alle Vergiftungen. Sie machen letztendlich Gewebe kaputt, sie sorgen dafür, dass Gewebe abstirbt und haben natürlich auch Veränderungen im Gewebe als Folge. Und genau das gleiche ist es beim Mobilfunk. Deshalb kann man das auch noch definitiv mit in diese Sparte reinnehmen. Jetzt, was gibt es für Möglichkeiten, das zu unterscheiden? Ob du jetzt von einem biologischen Konflikt in der gelösten Phase betroffen bist und deshalb in der Heilungsphase Symptomatiken hast oder eine entsprechende Vergiftung? Ob das jetzt Quecksilber, Blei, Arsen, Aluminium oder eben sehr hohe Expositionen von Glyphosat sind? Das muss man sich im Einzelfall dann genauer anschauen. Was ein gutes und sehr wichtiges Entscheidungskriterium ist, was es eben auch massiv von dem biologischen Konflikt unterscheidet, ist, dass eine Vergiftung immer sehr viele Symptomatiken in unterschiedlichen Bereichen zeigt. Wenn wir uns den biologischen Konflikt anschauen, dann ist dieser immer auf ein Organ bezogen, weil ja das Ganze anfängt im Gehirn und dadurch dann durch verschaltete Relais in die Organe geht und dort dann für Umbauprozesse sorgt. Das heißt, ein Konflikt betrifft immer nur auch ein Organ. Jetzt ist es natürlich möglich, dass wir mehrere Konflikte haben, teilweise aktive, teilweise gelöste Konflikte in verschiedenen Organen, sodass wir natürlich auch verschiedene Symptomatiken in unterschiedlichen Bereichen bekommen. Das kommt auch so tatsächlich in der Realität vor, vor allem, wenn wir eben zwei, drei immer wiederkehrende Konflikte haben, das heißt hängende Konflikte. Was aber das Ganze trotzdem unterscheidet, ist in der Regel die Symptomvielfalt. Wenn wir eben Vergiftungen haben, dann sind die Symptome sehr, sehr ausgeprägt und sehr vielfältig und eben ganz wichtig auf viele verschiedene Organe bezogen. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns das Quecksilber anschauen, die Quecksilbervergiftung, dann haben wir es hier oft mit einer sehr starken Müdigkeit zu tun, wir haben es mit Kopfschmerzen, mit Gliederschmerzen zu tun, wir haben es mit Zahnfleischentzündungen zu tun, etc. etc. Da kann noch unglaublich viel dazukommen. Das heißt, ein gutes Entscheidungskriterium, Unterscheidungskriterium ist, wenn man einfach mal seine Symptomvielfalt sich aufschreibt und sich anschaut, wie viele Organe, wie viele Bereiche sind tatsächlich betroffen. Hierbei kann man dann gegenprüfen, ob es sich hierbei tatsächlich um Konflikte handelt. Das heißt, wenn man sich eben anschaut, welches Organ, welcher Konflikt und dann sein eigenes Leben, sein eigenes Bewusstsein demnach dann auch hinterfragt, ob das relevant ist oder nicht. Und jeder, der selbst ehrlich zu sich ist, der wird hier dann auch eine Antwort bekommen. Und wenn diese ganz klar Nein lautet, dann hat man immer noch die Möglichkeit, um dann wieder eine neue Unterscheidung vorzunehmen oder generell eben zu unterscheiden, ob ein Konflikt da ist oder eine Vergiftung, dass man einen Provokationstest macht. Und hierbei ist es so, dass wenn man einen Provokationstest macht, dann fällt dieser eben oft so aus, dass auf jeden Fall etwas vorhanden ist. Und das ist aus meiner Sicht eine Sache, die oft sehr falsch interpretiert wird. Nur weil ich jetzt Vorkommen habe von Quecksilber, von Arsen, von Fluorid beispielsweise, heißt das noch lange nicht, dass mich das so krank macht, dass mein Körper damit nicht mehr fertig wird und dass deshalb Symptomatiken da sind. Wir müssen hier schon von auch einer entsprechenden Dosis, sage ich mal, sprechen. Wenn wir jetzt ein Mühe von allem haben, dann ist das weniger relevant, wie wenn wir jetzt ganz massive Ausschläge bei Quecksilber und Aluminium beispielsweise haben. Denn dann kann man definitiv davon ausgehen, dass die Symptomatik auch daher kommt, wenn man eben auch den biologischen Konflikt vorab ausgeschlossen hat. Und dabei kommen wir zu einem dritten Unterscheidungspunkt, der mehr oder weniger auch in das Thema der Provokationstestung mit reingeht. Wenn du jetzt jemand bist, der aufgrund seiner Vergangenheit, aufgrund seines Berufsalltages sehr stark exponiert ist, im Sinne der verschiedenen Möglichkeiten vergiftet zu werden. Das heißt, du hast beispielsweise in einem Minenwerk gearbeitet oder hast irgendwie mit Chemikalien tagtäglich zu tun. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich um ein Vielfaches höher, dass du auch entsprechend betroffen bist, sodass alleine von dem logischen Denken her es natürlich auch so ist, dass du dann mehr, deutlich mehr einlagerst, wie jetzt jemand anders, der diesen Berufsalltag oder diese Vergangenheit im Beruf oder vielleicht auch, sei es das beispielsweise bei euch zu Hause, fünfmal hintereinander das Fieberthermometer damals noch mit Quecksilber kaputt gemacht wurde und man da exponiert wurde. Das sind alles so Faktoren, die da reinspielen, weil jeder ist immer in einer gewissen Art und Weise belastet, sodass wir uns davon auch gar nicht fernhalten können. Es macht dann letztendlich den Unterschied, wie stark du betroffen bist und ob das dann wiederum den Körper so beeinträchtigt, dass Symptomatiken entstehen. Und wenn man da selber bei sich schon aussortieren kann, nie einen gefährdenden Beruf in der Hinsicht gehabt hat, nie irgendwelche Dinge passiert sind, dass beispielsweise auch Energiesparlampen vor einem zerbrochen sind, dann kann man grundsätzlich schon mal sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist, dass man da eventuell von Vergiftungen in einem hohen Maße betroffen ist. Und wenn man sich diese drei Unterscheidungskriterien, die sehr stark auch ineinander übergehen, anschaut und für sich dann auch mal Revue passieren lässt, was ist alles in meinem Leben passiert in Bezug auf die biologischen Konflikte. Und auch in Bezug auf die Exposition Schwermetalle, Leichtmetalle, Fluorid, habe ich beispielsweise zehn Amalgamfüllungen über die letzten 20 Jahre gehabt. Dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass die Symptomatiken, wenn sie auch eben zu einer Quecksilber-Langzeitvergiftung passen, daher auch kommen. Sodass man selber sehr, sehr gut, wenn man sich auch selber ehrlich wahrnimmt, unterscheiden kann, habe ich hier eine massive Vergiftung oder habe ich einen biologischen Konflikt. Und wie gesagt, durch eine Provokationstestung kann ich das Ganze nochmal ganz unabhängig von meiner eigenen Intuition bemessen lassen und kann dann auch entsprechend handeln. Das heißt, letztendlich ist es eine Sache, die jeder selbst auch für sich herausfinden kann und auch entsprechend dann natürlich in die Lösung gehen kann der Ursachen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob du denn schon mal nachweislich betroffen warst von einer Vergiftung, die eben auch deine Symptomatiken ausgelöst hat und als du dann ausgeleitet hast, die Symptomatiken auch schlagartig besser geworden sind oder sagst du, nein, im Endeffekt habe ich herausgefunden, dass auch wenn ich am Anfang geglaubt habe, dass es sich um Vergiftungen handelt, es bei mir eher ein biologischer Konflikt war, den ich dann auch erkannt habe und den ich dann letztendlich aus dem Rezidiv geholt habe, sodass kein hängender Konflikt weiterhin entstanden ist. Lass mich wissen, wenn du zu dieser Thematik etwas zu sagen hast, wenn du eigene Erfahrungen gemacht hast, in der Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich weitergebracht hat im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen biologischer Konflikt und Vergiftung, dann gib diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell von beidem betroffen sind bzw. es eben nicht wissen, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neu hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.